Ich bin gerade unter Wasser, wo gerade der Tsunami war, ich habe keine Ahnung. Das ist aber Näsien. Ja, da soll es auch Internet geben. Wir haben zwei, die in Spawn bleiben. Wir haben zwei, die in Spawn bleiben. Ah. Du bist der letzte. Gegen zwei und einer ist Medic. Und 50 Sekunden, da kommt der schon anglaufen, von rechts zu den Tonnen. Noch einer, Engineer. 40 Sekunden. Dring Sie zum Stützpunkt zurück. Der ist sowieso in Spawn. Wahrscheinlich. Da läuft schon was. Da war eine Mine, ich wusste, ich wusste da war eine Mine und der war auch noch schon angedings, ne? Angefressen. Ja, das war schon gut, dass da eine Mine war. Ja. Ich bin da gar nicht hoch. Ich bin da alleine 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 hoch. Der hockt hier noch. Am LKW. Ey. Die kotzen mich langsam so an. Egal. Ich darf. Nein, ich reg mich nicht hoch. Nein, nein, nein. Der Runde ist verloren. Der Feind hat unser Team eliminiert. Er umbricht den feindlichen Sprengtropf und bringt ihn zu unserem Stützpunkt zurück. Runde beginnt. Ach, jetzt bist du mal andersrum gelaufen. Ja. Ach, der scheiß Russe. Ey, nie im Leben, ich fang viel früher an zu schießen. Ach, der, wo mit dem Schwert rumkickt, macht auch die blöde Mission, wo man Schwertkills machen muss. Ach, Gott. Ach, Gott. Ach, Gott. Matthias, der steht quasi, der ist jetzt da, wo du gerne bist, auf der anderen Seite. Der ist hinter dir her, der Hager. Ach, der andere weiß ich nicht. Ja, super. Ach, das ist so. Ach, das ist so. Ach, das ist so. Ach, das ist so. ja natürlich ist der schneller wie ich was soll die scheiße runde verteidigt den sprengkopf um jeden preis runde beginnt velge kürschen kürschen 200 team eliminiert runde geht anrund verteidigt den urenkopf um jeden preis Und er beginnt. Was läuft denn noch? Also nach der Runde werde ich einen endgültig aus meiner Friendslist verbannen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Der weiß auch schon, der guckt um die Elke und schießt. Ach, durch den Rauch hat er mich gekriegt. Ich habe noch Headshot. Der ist hier eine Kirsche, aber zur Bombe hin. Der Aho kommt rausgesprungen, er schießt mich mit dem Headshot. Ja, ja. Ja, guck doch. Ja, der Vorteil mit Katana ist, man hört das nicht. Wie bitte? Der Vorteil von Katana ist, dass man das nicht hört. Wenn du die einen abschlachtest, dann... ... 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 Sprengkomponiert in die Runde. Sie sind eliminiert. Verteidigt den Sprengkopf. Runde beginnt. Sprengkopf. Sprengkopf gesichert. Alles klar. Ich bin wieder da. Wie man unschwer hört. Der eine ist am Bombenspot neben der Bombe. Ich kann dir das sagen. Und jetzt geht er durch die Mitte. Hey, wo hast du das gewusst? Intuition. Wurde, er ist ja klein, ne? Ach, das ist die für Bad Logen, oder? Was? Intuition? Mit halbem...dingens, ne? Mit diesen... Schaum und was? Schaum? Body Logen.